Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Rock of Ages 3 heute gegen Paluten. Bewertet im Part und wie immer viel Spaß. Ja, da bist du. Ich passe nicht mal bei mir aufs Bild. Ja, bist halt ein fettes Schwein. Warte ich. Okay, wir haben praktisch noch nichts freigeschaltet. Panzer, ja erstmal Stein auswählen. Okay. Engelsfelsen gibt es auch wieder. Ach, die kenne ich alle. Käserad kenne ich nicht. Käse ist nie verkehrt. Das stimmt. Dann nehme ich den. Und den normalen. Eine Bank, einen Turm. Und ich nehme... Der Narr. Völlig harmloser, herumirrende Idioten, die nur darauf warten, von etwas überrollt zu werden. Okay. Ich nehme den Käse. Ich bin irgendwas komisches. Ich bin der Käse. So, und jetzt kannst du wieder bauen. Ah ja. Na gut, ich kann meine Sachen komischerweise nirgends platzieren. Warum nicht? Weiß ich nicht. Du geh doch erstmal dahin, wo du auch bauen kannst. Weißt du? Ja, warte, warte mal. Oh, oh. Bist du schon gestartet? Ja, was ist das denn? Nee, nee, das dauert. Hä, was ist das für ein Ende? Was zur Hölle? Ja, dann baue ich doch hier so ein komisches Drehding hin. Und ein paar... Umher in die Idioten. Warte, hier musst du? Loll. Loll. Da habe ich nicht mehr... Ich habe kein Geld mehr. Ich auch nicht. Oh. Was ist das denn hier für eine Map, ey? Die ist ja echt gerade. Ich glaube, das ist auch eine Zuschauer-Map. Also von Ihnen... Zuschauer-Map. Eine Community-Map. Jetzt haben schon Leute Dinger gebaut. Klar. Gleich bin ich fertig. Oh, ich kann wieder was bauen. Okay, keine Lust. Ja, 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 okay. Ich baue noch was. Loll. Äh, wo geht es denn längs? Ich weiß nicht, wo es längs geht. Runter, 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 glaube ich. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Ich bin blauer Käse. Oh, du bist aber lecker. Alter, wie du da durchgeslidet bist. Ja klar, guck mal, doch mal. Ich dachte, da ist gar kein Mann. Weil ich Käse bin. Loll. Wie gut bin ich? Der sieht ja lustig aus. Oder da krache ich rein. Ja. Lecker Schmicker. Und dann hier auch nochmal. Geil. Geiler Käse. Ich wäre fast runtergefallen. Was ist das da? Hä? Da war Geld? Du hast wieder Geld hingelegt? Ich habe kein Geld hingelegt. Was? Ach so. Da droppt einfach Geld. Und was passiert da? Macht mich das schneller? Das macht einen doch schneller. Aua, du hast mich gehauen. Und jetzt. Sprung. Ach, du hast den Ball. Damit nimmt man eigentlich Abkürzungen. Mit dem Teil. Okay. Du kannst da geradeaus durch eigentlich. Hast du denn dieses Drehding von mir gesehen? Ja, ich habe es kaputt gemacht direkt. Oh, oh. Warum kannst du denn alles kaputt machen? Ja, weil ich ein starker Ball bin. Ich habe es aber nicht in den. Nee, aber versuch doch gleich mal. Mal geradeaus zu fahren. Und direkt den Zaun zu überspringen. Dann nimmst du eine richtig krasse Abkürzung. Ah, da. Ja, stimmt. Aber nee, lieber nicht. Ach, komm, bitte. Nee, weil dann explodiere ich bestimmt. Nee. Mach mal bitte. Nein. Mach du das doch. Ja, kann ich nicht. Ich habe den Ball nicht. Welchen Ball denn? Hier, du hast doch diesen Luftballon. Ja, aber ich habe den Käse genommen. Ach so, du auch. Ja. Kann ich denn mit dem Käse auch da rüberspringen? Äh, wahrscheinlich nicht. Nicht, habe ich nicht. Obwohl, da war eine Lücke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich bin Ball. Ein fetter, haariger Ball. Oh Gott. Ja. Deine Türme, die halten mich auf. Ja. Aber es bringt ja auch Geld. Warum hast du denn, warum hast du, hast du Sachen gebaut? Ja, ganz ans Ende. Weißt du, damit du da aufgehalten bist und will, oh, ich bin unten. Tschüss Ball. Alter, hä? Bam. Bei mir hast du dich komplett durchteleportiert. Was? Was bist du denn für ein Hacker? Oh, ich möchte wieder der sein. Sag mal, wie, wie, kannst du das mal kurz erklären, was ist da gerade geschehen? Also, ich muss sagen, bei mir, bei mir waren keine Sachen. Wieder waren... Also, bei mir war nix. Nicht mal am Ende. Nee. Hä? Jetzt packt das Spiel einfach. Oh, danke. Okay. Ja, bau doch nicht direkt vor mir. Ich mach's aber kaputt. Guck mal. Aua, ach so. Oh ja, ich verstehe das doch nicht so. Ja, jetzt einfach durch. Ich einfach durch. Da kann er nix, ey. Und... Aua. Ja, aber warum... Was war das denn gerade? Wie, was war das gerade? Das war Skill. Ja, klar. Wie du einfach dich durchcheatest. Ich hab nix gemacht. Ist das nicht sowieso... Ist doch jetzt noch ne Beta, oder nicht? Alpha, Beta, jaja. Alpha, Beta. Oh, jetzt seh ich die Sachen. Oh Gott. Aua. Das ist ja so lächerlich. Das musst du dir angucken. Das Ding ist, ich... Also, ich werd nicht getroffen. Du hast da keine Sachen bei mir gebaut. Da ist alles voll und bei mir rennst du da durch. Ich hab's jetzt nochmal in groß gesehen. Ja, ja. Wie, das geht nicht? Und daneben. So ein Lutscher. Ich wollte doch einfach nur da drüber. Hä? Bin ich falsch? Ach, da lang. Oh, die Kamera war falsch. Nein. Was hast du denn nicht? Nein, 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 nein. Alter. Ja, sehr gut. Du bist doch schwer gestört. Also, das kannst du doch nicht machen. Halte die da auf. Halte die da auf. Wie viel hast du je hingebaut? Ich kann fliegen. Da heckt der, ey. Ich komm einfach nicht drauf. Klar, wie das aussah, ne? Da ist alles zugekleistert. Und es juckt dich kein Stück. Los, 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 los. Los, Käse. Aua. Nicht der geile Käse. Oh. Oh, wow. Ich bin im Dreck. Ja, sehr gut. Schade. Komm, Käse. Jetzt aber nicht wieder überall durchgehen, ne? Das wär unfair. Nee, nee, das mach ich nicht. Danke. Nein! Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Wenn er da jetzt durchgeht wieder, ne? Er ist gleich eine Kurve, wo ich bin. Und wenn er jetzt nichts ist. Nein, 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 nein. Er geht wieder durch. Dieser Cheater. Oh, 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 bitte. Ja, ich bin durch. Und du auch. Ja. Oder bist du durch? Nee, ich bin durch. Nee, du bist durch. Nein! Oh, oh, oh. Oh, Gott. Ich hab dich geblättet. Und hier ist alles noch voll. Ja. Ja. Randpunkte. Uh, uh, uh. P-Diesel. P-Diesel. Ja, Edgar, komm her. Ja. Ey, bei mir bin ich halt einfach sieben Meter groß. Und man sieht nicht mal mein Schweinekrum. Hä? Was geschieht bei dir? Weiß es nicht. So, jetzt spiel ich richtig unfair. Ey, Luke. Ich nehm den Felsen der Zeitalter. Hä? Wie? Hä? Ich kann nichts auswählen. Oh, ich hab den Panzerfelsen. Wie, was ist das? Guck mal, wir sind hier direkt nebeneinander. Sind wir? Guck mal. Ist das ein Wettrennen? Scheinbar. Ja, toll. Ich bin ja viel langsamer als du. Ah, es gibt drei Wege. Das meinte der Levelersteller. Oh, scheiße. Ich bin runtergefallen. Ja, Schüsse, Lutscher. Ich bin viel zu lahm. Alter, bremst man hier stark in dem Spiel. Ich bin schon da ganz hinten. Mann, ich dachte, ich mach jetzt hier was bei dir kaputt. Nee. Ich bin ein super unbeweglicher Panzerfelsen. Nein, man bekommt nicht unterschiedliche Punkte. Oder was ist das denn? Loll. Ja. Vier Punkte. Ich bin schon direkt umgefallen. Ach so, das ist einfach ein ganz anderer Modus. Du musst da in so ein... Das kennst du, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber ist witzig. Kann ich jetzt einen anderen Mann? Ich möchte ein anderer Ball sein. Was hast du denn für ein... Ach, da bist du ja. Ja, ich bin halt so ein Panzer. Ich hab halt einen Wendekreis von einem Panzer. Ja, geht schon. Ich hab dich ja gewarnt, dass das hier so ein Wettrennen ist. Oh Gott, ich bin im Dreck. Hast du überhaupt nicht. Aua. Ja, ich bin viel zu... Das kannst du mit diesem Ding einfach knicken. Aber ich muss sagen, der macht coole Geräusche. Ja, komm her, komm, umarm mich. Umarm Papa. Ja. Man kriegt ja gar keinen Schaden. Ah, ja, ich hör's. Moin. So, und da musst du jetzt reinfahren. Ja, aber doch nicht da ganz unten. Da ist doch am wenigsten. Ja, ich hab halt wenig Schabung. Ach so. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Dann hast du gewonnen. So, wo bist du? Ach, da bist du ja. Hallo. Hallo. Ja, direkt reingrätschen. Danke. Ja. Ah, ich geh mal, ich geh mal woanders hin. Ja, ja, mach. Du Lutscher. Und ich bin wieder unten. Mein Weg, mein Weg ist aber viel geiler als deiner. Ich hab das Gefühl, dass es doch nicht am Panzerball lag. Doch. Hä? Was ist das denn hier? Hallo? Jetzt bin ich im Busch. Uh. Kriegt man hier mehr Punkte, wenn man ins Ziel... Du bist ja jetzt schon da. Was ist das für ein weiter Weg? Was ist das für ein Weg? Boing. Oh oh. Keep rolling, rolling, rolling. Bist du jetzt im Ziel? Pass. Boing. Hä? Was für ein Weg ist das für ein Weg? Ja, rein da. Oh, ja, ja. Was ist das denn für ein... Der war einfach dreimal länger. Aber du hast mehr Punkte. Ah, nee. Punkte gesamt. Okay. Ich verstehe das auch nicht. X4, X1. Na, ich geh jetzt einfach geradeaus. Aber was bringt das dann? Aua! Wie, Aua? Ich hab dich gar nicht berührt. Natürlich. Nee. Doch, hat's. Da sagst du jetzt wieder Schwachsinn, ne? Was ist passiert? Wir sind beide über das Ding gesprungen. Und wenn beide sich in der Luft berühren, bremst halt der eine komplett ab. Und ich bin einfach nur im Dreck gelandet. Hab ich nicht mitbekommen. Ist nie passiert. Oh. So verspiel dich nicht. So, und jetzt... Hui. Und nach oberrechts. Oder... Auch nicht. Oder kann man das schaffen? Komm. Nein. Nein, nein, nein. Der überhaupt nicht noch. Ey. Das kann... Nein. Ich muss hier irgendwo reinstellen. Nein. Nein! Hör auf! Hör auf, du! Nein! War ich jetzt oder du? Äh... Ich glaub, ich war... Ich war... Hä? Beide nur? Wir waren beide drin? Aber wir haben keine Punkte bekommen. Null Punkte? Du hast 40, ich hab 20. Ja, ja, aber die hatten wir eben schon. Wir haben irgendwie keine Punkte bekommen. Ja, aber warum hab ich denn 20? Ich hab ja nichts erreicht. Ne, aber in der ersten Runde... Vielleicht muss man hier Sachen kaputt machen. Ach, diese Ziele? Ja, ja. Ah, ich hab keine... Oh Gott! Ah! So, ich guck mal. Ich hatte ein paar... Ich hatte ein paar Ziele. Ich hatte ein paar Ziele mit Baller. Weil das sind am Ende nur Multiplikatoren. Ach so. Glaubste? Aua, ich komm hier nicht. 30 steht da jetzt, okay. 40. Ja, ja, du hast recht. Er ist ein Genie. Aber wo bist du gerade? Bin hier hinten. Ach, deswegen gibt's auch den anderen Weg. Naja, ist alles. Alles macht Sinn. Ja, nein, 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 nein. Sechsfach, sechsfach, sechsfach. Ja! Boah. Oh, 320 Punkte. Ja, guck mal, aber ich hab 130 und hätte ich jetzt mal sechsfach, Junge, dann hätte ich ja megakrasse Punkte gemacht. Ist halt das Risiko, was man letztlich eingeht. So, Itka, das war's mit dir. Was ist das diesmal für ein Modus? Keine Ahnung. The Straitest Map, hieß es. Fand mir jetzt so gerade aus? Ein pretty gespannt. Ich kann mir da nichts auswählen. Wir müssen einfach verfeichert. Ist das einfach, kann ich weh gedrückt halten? Ja, da bist du auch recht. Du bist ein Käse? Ja. Oh, der könnte schneller sein. Nein! Gedacht ich. Oh, nein. Er ist ein A-Punkter. Aber man muss wieder, wieder Dinger. Wieder, okay, okay, okay. Hör doch auf! Was denn? Ich raste dich. Ja, aber du hast mich jetzt überholt, Mann. Ja, da wieder fett Punkte. Die Hälfte überspringen. Dann ist da ein doofer Stein, aber kein Problem für Manuel. Hä? Du Cheater. Ne, ich hol mir jetzt hier Punkte. Ist mir egal. Räum du ruhig ab. Nein! Ja, was denn? Der Käse ist übers Ziel geflogen. Ja! Hä? Ich hab nur ne Chance. Ich wurde nicht geresettet. Ja, du kannst rein. Mann, der Käse. Ja, zweifach nur. Ist mir egal. 200 Punkte. Käse. Nicht Käse. Mann. Ich war halt einfach zu schnell und bin über das oberste Ding rüber geflogen. Ja, aber das heißt ja auch, du kommst super einfach oben rechts ins Sechsfache. Weißt du? Ja, aber muss man gucken. Oh nein. Boah, bist du schnell. Alter! Du fliegst ja komplett drüber. Ja. Das ist mich komplett gebremst. Ja, ja. Man bremst. Oh Gott, Aua. Ja, noch mehr. Ich hab schon 80. 90. Oh, oh. Er ist zu krass. Er ist zu schnell. Er geht ab wie ein Zäpfchen. Was machst du da? Geh doch jetzt nicht ins Ziel. Mann, ich fall einfach runter. Nein, ich fall runter. Mein Ding ist einfach zu. Der Käse ist echt nicht geil, um da reinzukommen. Ja, guck dir an, was ich jetzt mache. Jetzt kriege ich einfach. Wow. Ich bin einziger Enttäuschung. Ein bisschen. Ich hätte auch sechsfach schaffen können, aber nee. Also, ich bin mir nicht sicher, ob El Keso da heute nochmal reinkommt. Wutaschen bin ich rein, ey. Da mal. Drickskäse. Ja, mach mal Schluss. Ja, ich kriege wieder ein paar Punkte. Bei mir sind hier keine. Ja, weil ich die alle schon kaputt gemacht habe. Ja, aber du sagst ja irgendwas von Punkten. Hier sind bei mir keine. Ja, ich sammle. Ich hab 50 jetzt. Hä? Hier sind keine. Hä? Warum siehst du immer hier? Hier kommen jetzt die Ersten. Hier kommen bei mir die Ersten. Ah, okay. Aber nicht da vorne. Ah, vielleicht, weil du die bei dir weggemacht hast. Am Anfang. Nee, die sind immer komplett random. Weißt du? Oder so? Die sind ja manche, die sind mitten im Weg. So, warte mal jetzt. Nein. Komm mal hier rein. Nein, nein, nein. Hallo? Ja, aber du hast 400. Ja, aber trotzdem, Mann. Micky, McCheese, McNugget. Dann bewertet ihr den Part. Schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.